Hallo zusammen, ich bin TheGameRocker und normalerweise RockyGames neben dem Leben. Aber ich bin gerade am Recherchieren wegen der NoBillag-Initiative und darum recherchiere ich jetzt aber einfach weiter. Und zwar auf der Billag-Seite. Weil ich will ja wissen, wo geht all mein Geld hin, das ich hier gezwungen werde abzugeben. Und das haben wir ja im letzten Video angeschaut, das mit dem Gebührenbeitrag und der Gebührenübersicht und so. Das müssen wir ja nicht noch einmal anschauen und sonst hier oben gibt es einen Link für ein anderes Video. Jetzt gehen wir mal schauen, wer bekommt denn eigentlich all diesen Stutz. Zahlreiche Radio- und Fernsehveranstaltungen in allen Sprachregionen des Landes kommen. Ein Teil dieser Gebühren über den grössten Anteil geht an die SRG. Das ist für viele ja das Problem. Aber wer genau wie viele Gebühren bekommt, bestimmt den Bund. Und weil ich ja nicht den Bund oder den Staat als mein Feindbild anschaue, sondern mich schaue eigentlich als Schutzfaktor an. Geh jetzt mal schauen, was sagt denn der Bund? Ein Rat bzw. die Schweizerische Eidgenossenschaft aufweckt. Natürlich ist das PACOM, das Bundesamt für Kommunikation, zuständig für das ganze Fernseh- und Radio-Zeugs. Konzessionierung. Genau. Es gibt was? 13 Konzessionen. Ah, schau, da hat es sogar schöne Tabelle. Die SRG hat eine Konzession. Dann gibt es sprachregionale Radioprogramme. Okay. Dann gibt es lokale, regionale Radios. 43. 40. Kommerziell. Dann kommerziell ohne Gebührenanteil. Dann haben wir 21. Wow. Und komplementär. Das heisst wahrscheinlich, das sind einfach so coole Radiosender. Solche wie ich wahrscheinlich höre. Und 13 regional TV-Stationen. Ehm, jetzt schauen wir da mal schnell rein. Was ist denn da alles dabei? Also ihr habt alles. Konzessionen. Ähm, die Frage ist, kommen dir Geld über? Von der Bilage. Ist das so oder ist das nicht so? Die Zeit ging mal ein Scheißer-Retour. Ähm, wie sieht es denn da aus? Da haben wir viel mehr. Ah, schau, da steht ohne Gebühren. Also Radio 1 kommt nichts über. Radio 3-fach kommt etwas über. Radio BO kommt auch etwas über. Radio Freiburg kommt auch über. Radio FM 1? Nicht. Okay, wie sieht es denn da aus? Ah, look. Argovia kommt nichts über. Wie sieht Konkurrenz aus? Warte. Kanal K. Kanal K. Mit Gebühren. Seht man denn da auch wie viel? Das würde mich jetzt noch interessieren. Nicht gewinnorientiertes Programm. Und Gebührenanteil. Kanal K. Blablabla. Da haben wir die Konzession. Konzessionänderungen. Karten. Das ist wahrscheinlich die Sendekarten. Dann haben wir hier den Jahresbericht 2016. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal das Speichern. Und schauen, was hier genau heisst. Hey warte, ich sehe hier nichts. Machen wir noch etwas grösser. Ich nehme einfach den Radiosender. Weil das ist der, den ich höre. Alle anderen höre ich nicht. Dann haben wir hier ja bla 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 bla. Kontaktperson. Geschäftsleitung. Du bist eine Aktiengesellschaft. Dann wer hat was. Okay. Das Personal. Einer in der Leitung. 50%. Wow. Vier. Redaktionen. Moderation. 210 Stellenprozent. 500 Stellenprozent für Stagiers. Wow. Klar, die sind auch günstig. Einer in der Technik. 50%. Und eine Putzfrau. Oder so. Für 60%. Dann haben wir zwei freie Mitarbeiter. 129. Freiwillige Arbeiter. Okay. Ausweiterbildung. Bla 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 bla. Finanzielles. Hier. Angaben in Franken. Was, 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 was. Ah. Da ist etwas heruntergeladen. Gut. Betriebsaufwand. 725'000. Drei Viertelmillion. Wow. Und davon ist die Hälfte rund Personalkosten. Hey. Sehr, sehr transparent. Bei Radio Kanal K. Kommt 400. Ja. 470'000 Stotzen über. Von der Billage. Okay. Gut. Dann könnte man da jetzt noch. Ja. Einen Fragenbogen schicken. Das machen wir natürlich nicht. Aber warte mal schnell. Jetzt. Das ist sehr transparent. Finde ich recht cool. Ähm. Wie sieht es denn aus. Bei dem da. Wo zum Beispiel. Wo haben wir ihn jetzt gehabt? Da. Ja. Argovia. Ohne Gebührenanteil. Da hast du sicher auch einen Geschäftsbericht. Ja. Jahresbericht. 2016. Ja. Speichern. Und auftun. Bitteschön. Äh. Dann sehe ich da wieder nichts. Mach wieder grösser. Gut. Danke. Äh. Da hat es schon mehr Leute, die beteiligt sind. Auch das ist ein Aktien. Ja. Blablibla. Blablabla. Radio. Medien AG. Ja. Okay. Ah. Da hat es noch andere Teilhaber. So wie es aussieht. Andere Medien Sachen. Und. Wow. Schau. 600 Stellenprozent. In der Leitung. Das ist mehr als der ganzen Kanal gehabt. Alright. Aber es hat natürlich auch viel mehr. Redaktion. Moderation. Wow. Okay. Viel mehr Putzfrauen hat es auch. Wow. Zwei. Die freiwillig und gratis arbeiten. Hm. Was machen eigentlich die? Ah. Egal. Äh. Dann haben wir da ein paar Zahlen. Wow. Schön. Alles schön aufgelistet. Äh. So. Wie viel kommst du durch Werbung über? Was? Sehe ich das richtig? 7 Millionen. Ja. Kein Wunder musst du dich nicht mehr irgendwie unterstützen lassen. Ich meine. Und nochmal. 1, 2, 3. 1. Äh. Äh. Nein. Das waren 4. Also nochmal 1,7 Millionen. Also 8. 9 Millionen Einnahmen hast du etwa. So 9 Millionen Ausgaben. Boah. Okay. Also du bist eigentlich so ein Nullsummenspiel. Oh. Ohne. Belagt. Okay. Danke vielmal für das. Äh. Dann haben wir da was noch? Was haben wir noch? Äh. Bei den Fernsehsendern hat mich jetzt eigentlich noch etwas interessiert. Steht denn da? Oh. Nein. Da steht aber nichts. Äh. Wer das ähm. Unterstützt wird von der BILA. Komm wir schauen mal schnell ob Tele Basel, ob da irgendetwas steht. Da steht es. Und Gebühren. Programm mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil. Ah. Da steht es. Also man muss reingehen. Kanal Alpha. Hat auch Gebühren. Okay. Dann Tele M1. Hat auch Gebühren. Jetzt würde es mich noch interessieren wie viel. Schauen wir auch da den Jahresbericht an. Äh. Wie viele Gebühren kommst du denn über? Da ist sicher auch irgendetwas rum. Komm. Ja. Wir gehen da gerade an. Wir haben gar nicht wissen wie viele Leute das hier angestellt sind. Äh. Da. Gebührenanteil. Ansage Empfangsgebühren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 6 Millionen. Wow. Okay. Das reicht gerade mal schnell um die Verwaltungskosten zu decken. Okay. Alright. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Ich finde das schön wie transparent das hier ist. Das finde ich jetzt gerade recht cool. Das. Das nenne ich doch. Ähm. Wirklich. Schön demokratisch. Ich nehme an. All diese TV-Sender kommen Gebühren rüber. Jaja. Also ich gehe jetzt noch nicht alle durch. Aber jetzt kommt mir gerade ein Sinn. Ich kenne noch einen anderen TV-Sender. Moment mal schnell. Mal schauen wie es mit dem aussieht. Äh. Da. Okay. Ähm. Wie sieht es denn da bei dir aus? Du. Da kann ich noch ein Video anschauen. Ähm. Ja. Ah. Okay. Ich habe die Check-It. Das ist nur eine Webseite. Ich muss da. Aufs Schaffhauser-Fernsehen. Komm. Das machen wir gerade so. Schaffhauser-Fernsehen. Mal schauen was da. Ah. Schaffhauser-Fernsehen. Gut. Ja. Heute im Gespräch. Der Christian Amsler. Ein Regierungsrat. Schön. Schön. Super. Ähm. Ähm. Dann haben wir noch jemanden, der an der Seitenlinie steht. Wir haben da ein wenig News. Okay. Letzte Sendung ausgestrahlt. Aber warte schnell. Ähm. Schaffhauser-Fernsehen. Schaffhauser-Fernsehen. Haben die überhaupt eine Konzession? Hä? Ähm. regionales TV auch. Regionales TV auch. Also. Hä? Also. Ich sehe euch da gerade nicht aufgeführt. gut. Bilenk. Basel-Bern. Top. Ostschweiz ist etwas anderes. Eins ist etwas anderes. Das klingt Französisch. Das klingt Französisch. Hm. Hm. Okay. Was habt ihr denn für Sendungen? Ah. Schau da. Okay. Habt ihr da auch irgendwie einen Geschäftsbericht? Äh. Spezialsendungen. Der Jahresbrück. Okay. Ah. Ah. Da. Schau da. Jetzt ja. Ganz viele Zeugs. Zeig mal das Programm. Heute ist das. Dann ist am Montag dieses. Und am Samstag jenes. Ja. Okay. Viel Senderzeit habt ihr nicht. Aber. Äh. Was ist Geschichte? Ah. Ich habe meine Geschichte. Da. Ich schicke. Okay. Das werde ich dann irgendwann machen. Irgendwann. Äh. Dann da Werbung. Kann man schalten. Also ihr werdet wahrscheinlich auch durch Werbung finanzieren. Äh. Über euch. Oh. Dann haben wir da ein paar Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute. Äh. Ich weiss halt jetzt nicht inwiefern dass ihr angestellt seid. Oder äh. Im Fron das machen. Gibt es da irgendwelche Jobs? Nein. Momentan nicht. Also werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel Geld haben. Aber ich frage mich jetzt gleich nach welchem Prinzip das ihr euch finanziert. Und vor allem ihr habt ja keine Konzession. Hm. Das Ganze äh. Oh. Mal jetzt ein bisschen. Also ich bin ja wirklich nicht ein Verschwörungstheoretiker. Äh. Und wer mich kennt der weiss so ähm. Leute die Theorien. Verschwörungstheorien. Aufstellen. Und Bücher darüber schreiben. Ähm. Die könnten gerade so gut einen Fantasy Roman schreiben. Das kommt etwa aufs Gleiche aus. Eine Fantasie ist etwa die gleiche. Aber. Aber. Ich weiss nicht. Das. Kommt mir jetzt gerade wirklich ein bisschen komisch vor. Vor allem wenn ich mir jetzt überlege. Ähm. Notbillag-Initiativen. Dann gibt es ja Konzessionen. Wo der Meistbietende wird. Ähm. Können. Aufs Sendung gehen. Und wenn ich mir vorstelle. Ich hätte. Ein führige Milliarden auf dem Konto. Ja. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch so einen Sender kaufen. Oder. Anders gesagt. Hätte ich. 15 Milliarden. Wieviel Sender könnte ich mir eigentlich dann kaufen. Äh. Das sind so Fragen äh. Oh. Oh. Ja. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber ich merke, dass wenn ich Nein stimme. Dann wird. Mein Lieblings Radiosender. Da. He. Alle anderen interessieren mich eigentlich nicht. Weil die höre ich ja nicht. Ich höre wirklich. Ja gut. Mal Lora manchmal noch so zwischendurch. Rabeam. Nein. Eigentlich nicht. Ich höre wirklich. Ich höre einen Sender. Der. Ähm. Der wird drauf gehen. Äh. Jetzt möchte ich aber noch schnell etwas anderes schnell. Wenn wir schon gerade dabei sind. Wie sieht es denn da aus? S. S. R. S. R. S. 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 Radio-Televisione Suizera, Radio-Television Suizera, Roman, ciao und... Swissinfo? Was ist Swissinfo? Verdammt, noch nie gehört. Alright. Dann haben wir hier ein paar Sachen, die einzelnen Adressen. Da hat es Links. Da ist wahrscheinlich SRG überall ein bisschen dabei, oder? Also, kenne ich das richtig? Ja, das wird alles irgendwie dazugehören oder ein bisschen mitfinanziert. Oh, Swissinfo, was ist das? Ja, Info. Schaut hier, Abstimmung vom 4. März. Zwei Vorlagen. Finanzverordnung, äh, Finanzordnung 2021. Ja, die schauen wir dann ein anderes Mal an. Oder ja, zur Abschaffung der Radio- und TV-Gebühr. Ja, okay. Oh, wow. Weshalb die Schule bei der sexuellen Erziehung mitredet? Ja, ja, da wird geredet. Gut. Ich finde ja sexuelle Aufklärung sehr wichtig. Und, äh, das ist jetzt eine Ernstgemeinde gewesen, übrigens. Äh, da gibt es mega viele Infos. Wow, hey, nicht gewusst. Shit. Alright. Was hat es denn da noch? Mani, direkte Demokratie, Politik. Was ist direkte Demokratie? Geht es da nur um Themen, die direkte Demokratie betreffen, oder was? Hä? Hat sie das jetzt nicht angenommen? Ah, Frontpage. Oh, direkte Demokratie. Doch, es ist gegangen. Ah, wie viel sollen und da dürfen Stadträte verdienen? Okay, dann hat da noch unser Bestatter etwas zu sagen. Okay. Ja, alright. Was haben wir noch gehabt? Ähm, Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaften, Multimedia. Was kommt denn da? Okay, fliegende Fotograf. Radio SRF 1. Ja, Trump im Davos. Bla, 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 bla. Also, hey, da gibt es je ennste Beiträge. Filmbeiträge und viel zum Lesen, so wie es aussieht. Und dann da, was hat man da noch? Schweizer Nachrichten in zehn Sprachen. Nein, ich kann es noch auf Englisch anschauen. Französisch, Italiano, Español, Portugäsch. Ähm, irgendeine Zeichensprache. Ach, dann haben wir da noch Appenzell Ausserruderisch, Zürich Deutsch. Und, ich weiss nicht, das wird wahrscheinlich Retro-Romanisch sein. Keine Ahnung, ich kann das nicht lesen, ich bleibe auf Deutsch. Ähm, nein, einfach weil ich das verstehen will. Okay, aber jetzt weiss wenigstens, was Swiss Info ist. Ähm, nein, warte, geh wieder da zurück. Wir wollen ja mal schauen, was ist eigentlich die SRG und die SSR. Was wir tun, ja, genau. Information, Kultur, Sport, Demokratie, Bildung, Unterhaltung, Solidarität. Aha. Aha, okay, das ist ja das, wo auch noch die Gehörlosen und so dürfen mithören und schauen. Ähm, und die Blinden dürfen beim Radio hören. Genau so geht das, richtig. Ähm, oh, schau hier. Irgendeine Studie hat herausgefunden, dass das SRG-Angebot gut abschneidet. Schön zu hören. Äh, dann sind es unabhängig und so weiter und so fort. Service Public. Äh, 94% von der Bevölkerung wird erreicht durch die SRG. Dann haben wir da Metro. SRG auf einen Blick, das interessiert mich noch. Abbild der Schweiz. Ja, aber das ist jetzt irgendwie nicht gerade auf einen Blick. Ja, transparent und beweglich. Ja, oh, so der transparenteste Medienhäuser, gehört ihr. Okay, solidarisch und verbindend, ja, also das ist jetzt nicht gerade irgendwie. Bäh, 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 Kompetenzzentren, nein, bla, bla, bla. Komm, wir gehen wieder retour. Äh, was haben wir da noch? Dann da, nein, Studio Bundeshaus, Geschäftsbericht, da, da werde ich sicher etwas Gescheites gesehen. Okay, Vorwort, Filmchen, Mitarbeitende, ja, da habe ich da, wow, okay. Zahlen, Daten, Fakten. Äh, da haben wir aber auch noch Service Public in Zahlen, das interessiert mich gerade. Komm, wir klicken mal hier drauf. Äh, erhöht Kostentransparenz. Dann haben wir da Einnahmen, Einnahmen, da sehen wir es. Ah, da haben wir die 1,2 Milliarden, die von den Billag kommen, die in die SRG hineinflüsst. Dann haben wir da 230 Millionen Euro Werbung, dann wird noch ein bisschen gesponsert, äh, und so weiter und so fort. Und für was gebt ihr denn Geld aus? Wow, recht viel Stutze für Informationen, aber weniger wie vorletztes Jahr. Ähm, das ist wahrscheinlich Tagesschau da, he, Unterhaltung Film, das sind all die Hollywoodstreifen, wo eingekauft werden, da haben sie ein bisschen erhöht. Kulturgesellschaft, Bildung, ich nehme an, das wird Kulturplatz sein und so ein bisschen SRF bei den Leuten und so solche Sachen, haben sie auch weniger Geld gegeben. Dann Champions League, haben sie auch noch ein bisschen Geld ausgegeben, ein bisschen mehr, ja klar, die wird auch immer teurer. Musik und Jugend, immer wie weniger, aha, okay, dann sieht man da noch Fremden und Eigenproduktionen. Viel Geld ausgegeben für Eigenproduktionen, ja klar, ich meine, den Bestandter, den muss man ja schliesslich irgendwie finanzieren. Ähm, dann da für Video und Audio haben sie auch noch ein bisschen Geld ausgegeben, schön, schön, aber eigentlich würde mich jetzt da mal schnell interessieren, äh, nichts da, Mitarbeiter. Und was ist das gewesen, Unternehmungsführung, bla bla bla, das interessiert, ah, schau jetzt da, nein, das ist nicht das. Ich würde gerne Zahlen, Daten, Fakten noch sehen, ja, unternehmen Sie, dann da misst ihr wirklich, ah, Swissinfo.ca gibt es auch noch, und dann sind ja da noch bei anderen Sachen tätig oder mitbeteiligt. Ähm, das SRF wird ja noch einmal aufgeteilt, in Radio und Fernsehen, ich nehme an, das wird da und da und, also da bei diesen dreien auch so sein. Und dann gibt es ja noch wahnsinnig viele Sendungen, das finde ich jetzt schade, dass ich jetzt das da nicht sehe, aber wahrscheinlich müsste ich auf die SRF-Seite, kann ich da direkt auf die SRF-Seite? Das geht natürlich nicht. Schade, kann ich da von da aus irgendwie, ähm, ähm, wahrscheinlich auch nicht. SRG, SRS, Seitenanfang, ja, okay. Ähm, ich lasse halt viel Radio und schaue auch viel Fernsehen, ich schaue auch gerne SRF-2, ganz ehrlich gesagt, weil ich einfach finde, die kommen gute Sachen, auch auf dem Eis übrigens, und auf dem Info ist es auch immer gut, wenn man etwas verpasst hat. Ähm, ja, ich glaube, mein Entscheid ist schon ziemlich gefallen, wie ich mich werde, ja, wie ich werde abstimmen. Aber für das, mache ich dann noch ein separates Video, weil ich will ja da neutral bleiben und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir ein bisschen einen Einblick gegeben in mein Rechercheverhalten, wie ich zu Infos komme und was ich mit Infos anstelle und was ich für einen Schluss daraus ziehe. Wenn es dir gefallen hat, hinterlade doch einen Kommentar oder verteile einen Daumen, darfst du auch gerne ein Abo da lassen, einfach so, würde meiner Seele auch gut tun. Und sonst, rache einfach dein Leben weiter. In dem Sinn, Cheers!